So, diese 30 Elektronen Volt kann man umrechnen, das ist nämlich eine Energie. So, und Energie gibt man üblicherweise in Joule an. Und jetzt geht es darum, wie komme ich von Elektronen Volt auf Joule. Geht sehr einfach, ich mache 30 mal 1,6 mal 10 hoch minus 19. Das ist Coulomb mal 1 Volt. Coulomb kann ich auch als Ampersekunde schreiben. Das ist die Ladung eines Protons oder die Ladung eines Elektrons, die Elementarladung. Eben auch klein e oder e- und so weiter. Und wenn ich den 30 mal die 1,6 nehme, dann habe ich Joule. Weil Ampersekunde Volt oder Coulomb Volt ist Joule. Also dann habe ich 4,8 mal 10 hoch minus 19 Joule. Das war es schon. Also hier ist der Faktor. Manchmal habe ich auch 30 Kilo Elektronen Volt. Kilo steht einfach für 1000. Also 30, dann 1000, dann die 1,6 mal 10 hoch minus 19 und jetzt kommt die Joule raus. Oder Mega oder Giga. Fertig. Und das kommt von der Formel, die Energie oder die Arbeit ist Q mal U. Also wenn ich irgend so ein Teilchen, ich habe hier so ein positives Proton und das beschleunige ich. Hier ist es positiv, hier ist es negativ und da habe ich eine Spannung von 30 Volt, so zwischen diesen zwei Platten. Also ein Proton mit 1,6. 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb wird beschleunigt von einer Spannung von U gleich 30 Volt. Dann hat dieses Proton die Energie von E gleich 30 Elektronen Volt. Genau. Fertig. Mehr ist es nicht.